Die höchste Punktzahl beim Juryvoting und ja, für uns, für meine Fernsehgartenredaktion, es ging hin und her, natürlich die Optik, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, spielte keine Rolle, gehörte er definitiv zu den Top-Favoriten und ich freue mich, wie verrückt, dass er heute bei uns zu Gast ist, Nobody But You, das ist sein Titel hier, Cesar Sampson. Untertitelung. BR 2018 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 Danke, danke, danke. Danke Mainz. Woo! Woo!